Liebe YouTube-Freunde, was läuft hier im Bauerhause wieder am Gruppen mit dem Böttinger Gruppen des Maschinenring. Und ich zeige euch ein Metallteil, das ich hervorgeholt habe. Diese Wälder habe ich aus dem Boden geholt. Ich frage mich, von wo kommt die? Ich habe hier eine Holzkiste an meinem Gruppen montiert, um die grössten Steine gerade zusammen, weil auf diesem Feld dann Kartoffeln gepflanzt werden. Wenn selbst ein Hund nicht mehr lacht wie ein, dann sind wir jenseits von jedem. Wenn wir nicht fühlen, die Erde sie weint, wie kein anderer Polizist, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn alle Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von jedem.